geprost rams ist der dicke ich grüße dich ich werde jetzt auf dich fünf bier powers machen gehen hier power 1 bier power 2 bier power 3 bier power 4 bier power 5 vielen dank alle weiteren noch auf den bier powers werde ich im nächsten haupt video nachholen also nächsten längeren video weil heute ist rams ist tag und deswegen fahre ich gleich zu rams ist der geburtstag genau mit der bahn aber bevor ich los war gehe ich einmal ganz kurz nach hause weil ich habe noch ein paket zu öffnen genau deswegen laufe ich jetzt erst mal kurz nach hause ich bin wieder zu hause angekommen und jetzt packe ich dieses paket aus und zwar hat mir trunat diese drei taschenlampen zugestellt das sind alles dieselben lampen katapult mini v2 mit maximal 1108 lumen das ist das neueste modell im lieferumfang ist die lampe eine bedienungsanleitung ein trageband zwei ersatz dichtungsringe eine usb gummi abdeckung und ein usb c ladekabel womit man die lampe aufladen kann vorhanden die lampe hat sechs helligkeitsstufen einmal glühwürmchen niedrig mittel hoch turbo und strobo der akku der lampe ist auswechselbar hat eine akku laufzeit von bis zu 180 stunden und ist bis zu zwei meter wasserdicht die eine lampe behalte ich für mich die andere schenke ich rams ist zum geburtstag und die letzte möchte ich an euch verlosen und deshalb gibt es am ende dieses videos ein gewinnspiel worin einer von euch diese lampe gewinnen kann also schaut euch dieses video bis zum ende an der link zur lampe ist unten in der beschreibung und als kommentar oben angepinnt und ich werde jetzt sechs sechseinhalb stunden bahn fahren so ich bin gerade in meidingen angekommen und ich habe gerade eine sechseinhalb stunden zugfahrt gehabt plus eine halbe stunde weil ich den anschluss nicht bekommen habe vom letzten halt und guckt mal hier guckt mal guckt euch mal hier an der fahrer der fahrer ihr kennt ihn von der meile von der ersten meile er begleitet mich zur ramses seiner geburtstagsparty ich bin sehr gespannt drauf das wird so richtig geil sein wir werden nass werden wir werden ganz viel bier trinken hoffentlich der fahrer sagt wir müssen über die straße rumlaufen also rüber laufen genau das ist eine richtige versifte straße jetzt kommen hier ganz viele autos und sowas das versifft jetzt gelaufen wir rüber über diese versifte drecksstraße die voll und so ist die genauso voll ist wie mein kopf manchmal jawohl später muss unbedingt mein kopf voll sein so ich bin angekommen hier vorne ist der zwielmann hier vorne ist der bohr lasst dir raten trinke spaten geprost spaten ist richtig geißbier hier hier vorne ist der fahrer hier vorne ist der fahrer schon wieder brust nicht so nah genau da vorne ist der rest und ich bin angekommen jetzt wird ramses sein geburtstag gefeiert aber der hat in zwei tagen geburtstag das heißt noch zweimal bivakieren und dann ist es soweit dann bist du 30 schmeißen uns einfach dort auf die wiese und dann ist das bivakieren genau weil du jetzt da bist zur begrüßung muss jeder ein schwedisches lakritz probieren ich weiß nicht ob du gerne lakritz magst wir haben es alle probiert bis jetzt bis auf den thomas der thomas hat es nicht probiert magst du mal aufdrehen ich bin wieder der kameramann und der fahrer schwedisches lakritz timo nimmt auch noch eins das ist einfach nur lakritz mit ein bisschen salz und das salzige ist so penetrant manchmal dass es manchmal vielleicht zu salzig ist aber eigentlich kann man es aushalten finde ich außer man hat absolut gar keinen bock ich finde es okay okay siehste thomas hat immer noch keins probiert thomas aber das aber ich glaube dass das hier das schmeckt so als hätte jemand im restaurant den salz frei aufgegräten dass hier sodbrennt ursachen kann genau so ungefähr schmeckt das bei uns gibt es das ich bin ein ziegenmilchgesicht mit schamhahn dran das ist richtig geil hier kommt die sonne jetzt wieder kritisch oder das darf man gar nicht mehr singen glaube ich das ist eine schöne dönerpizza mit paprika drauf guck mal guck mal hier wir bestellen jetzt gerade essen hier am fluss das ist richtig geil ich nehme extrem wir werden hier gleich essen bestellen übermorgen wenn du geburtstag hast dann bekommst du ein geburtstagsgeschenk von mir das ist aber lieb zum 35 so muss es sein Prost! Prost! Frau hat das Bier aufgeregt. Prost! Prost! Ja, aber gerade waren zwei große zu sehen. Oh, scheiße! Ne! Ui! Das darf nicht wegschwimmen. Das Wasser kannst du wegschütten, aber ich will ja was anderes machen. Das muss hier bleiben, der Pfand. Es darf nicht verschmutzen, diesen Wasser. Das ist ganz wichtig, das ist naturfreundlich so. Also das ist naturfreundlich, genau. Mein Verhalten ist naturfreundlich. Brennnessel sind richtig geil. Das ist richtig gutes Essen. Ja, das war's dann aber. Ich brauch's nur mit einer Flecken. Ja, glaub ich nicht. Ich glaub, die ganze Zeit in den Kopf ist mir froh, dass ich immer so viel Spaß hab. Ich, das muss das, wenn ich zu sentimental werde. Das hatte ich in Minden. Mensch, die machen gar nicht, um mir da die Hände zu kochen. Mann, das ist wirklich wichtig. Boah! Nö, ich nicht. Aber nur wenn du bitte sagst. Wenn Leute mich zu sentimental ansprechen, die ist... Oh, das ist so! Ich dachte, der will sich mein Fahrrad nehmen und so fahren. Brennnessel sind richtig geil finanzen. Zum Fressen. Und zum Tee machen. Brennnessel ist richtig geil. So, wie heißt das nun mal? Burger. Genau, Burger heißt das. Pop-Schachtel heißt das. Das ist angekommen. Die Bestellung und sowas. 77 Euro. Genau. Vielen Dank für die Bestellung. Ich werde das hier jetzt fressen. Oh ja, ich würde sagen, dieser Burger, der sieht voll cool aus. Der sieht so aus zum Fressen gern. Bon Appetit. Achso, da kommt wieder ein Spass. Ein guter Appetit. Oh, pass auf Timo. Du legst es auf die Fresse. Ich würd sagen, richtig geil Rindfleisch und Käse. Oh ja, jetzt schmecke ich den Ketchup. Der ist richtig geil. Genau. Dieser Burger ist richtig geil. Schon nach zwei Bissen. Oh, hier guck mal. Hier ist sogar Gurke drin. Gewürzgurken. Der ist richtig frei. Ja, genau. Wespen sind auch geil. Ich nehme das letzte Stück, oder wie das heißt. Ich werde es mir in die Fresse schieben. Ja. Jawohl, es geht weiter. Es geht weiter. Es geht weiter. Damit das besser klatscht. Dein Bauch hört sich lustig an. Ich hab den Kasten platt gemacht. Das hast du so richtig eingesessen. Krass. Wir haben hier ganz viele Kisten. Für jeden noch einen Kasten. Und das wird dieses Wochenende getrunken, oder wie das heißt. Ich gebe mir ganz viel Mühe. Krass. Krass. Oh, da war Pizza dabei. Krass. 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 Na ja. Ähm, schlafen wir genau hier? Ich würde sagen ja. Sagen wir auch. Okay, dann schla... Dann baue ich mal einen Tab auf. Gleich. Oh, darf ich ja zugucken? Ja. Jeder darf zugucken. Nein, du musst die Augen zumachen. Ich guck trotzdem zu. Krass. 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 Das hast du sehr gut gemacht. Guck mal das Hannes-Bett an. Mh... Da gibt's zwei. Leg dich da rein. Das ist ein Hannes-Bett. Das ist mein Hannes-Bett. Genau. Das ist ein richtiger Hannes-Bett. Ja. Da pwent ein Hammes drauf. Du hast das Tab noch nie benutzt. Nein, das ist sauber. Das andere ist so dreckig. Das ist sehr gut. Das ist das erste Mal, dass du einen TARP aufbaust? Ich habe bisher nur ein TARP über eine Hängematte aufgebaut. Okay, dann wird das das erste Mal sein, dass du einen TARP ohne Hängematte aufbaust. Das wird richtig geil sein. Es gibt viele TARP-Aufbau-Varianten, die dir gefallen werden. Ich kenne mindestens 20 davon. 20 TARP-Aufbau-Varianten, die gut sind. Moin! Ich bin Natuurin. Sehr gut. Was ist jetzt los? Was ist denn? Ich liebe es zu blenden. Ich war ein Ziegenmilchgesicht mit Schamhaaren dran. Wie viel Licht möchtest du noch machen? Das weiß ich noch nicht selber. Das ist cool. Das ist was anderes. Du Milchmade, du. Geh mal an Thomas ein bisschen Nerven. Der braucht ein bisschen Nervigkeit dran. Ganz viel braucht der. Sie möchte mich anleuchten. Oh, du hast eine ganz lange Nase. Ja, weil ich lüge. Oh, er ist hochgekommen. Los, machen wir weiter! Ja! Jetzt kommt's. Er blendet wieder. Ich möchte unbedingt Pocken in meinem Gehirn haben, damit ich endlich schräger denken kann. Alles hört sich gut aus. Das möchte ich auch. Ich möchte ganz viele Pilzkrankheiten im Gehirn haben. Oh! Das ist ganz wichtig. Es ist wichtig für mein Content. Genau, das ist unser Schlafplatz für heute. Und die anderen Das war live zu erleben. Live geblendet zu werden. Aber hier vorne hängt so ein Bierbauer-Shirt rum. Ich muss wirklich sagen, das ist von Amazon. Und Amazon macht wirklich keine so gute Qualität, was den Druck betrifft. Und ich bin mir wirklich am überlegen, das einzustellen mit Amazon verkaufen. Ich bin ein Fäkalien-Gehirn. Lass dir raten, trinke Spaten. Geprost. Geprost. Spaten ist geil, aber ich bin trotzdem ein Fäkalien-Gehirn. Guten Morgen. Dahinten sind Kanufahrer. Ich habe hier gepennt. Der Bo hat seinen Tab schon abgebaut. Das schwappt rum. Das schwappt rum. Das schwappt rum. Ja. Und hier sind die anderen. Und unser Gehirn schwappt rum. Guck mal, wie roten Thomas sein Arm ist. Der ist so rot wie dein Oberteil. Fies. Nein. Ja. Dein Arm sieht voll cool aus. Unser Gehirn schwappt rum. Danke, Dios. Das heißt, wir müssen jetzt neues Bier aufmachen. Gib Rost, damit das Hirn noch viel verschwappter wird später. Der Bo hat auch hier die Z-Light, bloß in Durchfallfarben und in Grau und ich habe das in Silberfarben, also Außensilberfarben und in Urinfarben und das hier, das ist ein voll cool Kopf. Das ist ein Gesicht. Achso, das hier, das ist der Gründer von No Hirn Records. Da musst du mal das T-Shirt zeigen, was der Typ da vorne anhört. Da steht sogar in der Airbettel drauf. Ich muss sogar noch entrümpeln, darauf habe ich aber auch keinen Bock. Genau, das ist dieser T-Shirt mit dem No Hirn Records. Ich verlinke euch das. So, jetzt wird für der Bo und für mich Koffein hergestellt. Und für noch jemanden, der Bock drauf hat. Das sind die drei letzten italienische Kaffeepads, also die besten Kaffeepads, die ich jemals getrunken habe. Getrunken. Ja, das ist die Marke. Ich weiß zwar nicht, warum die das mit extra Verpackungsmaterial vermüllen, aber das ist die Marke. Die muss ich mir auf jeden Fall merken. Vielleicht bestelle ich die in irgendeinem Grund. Das sind die wirklich besten Kaffeepads, die ich jemals getrunken habe. So, das Koffeinwasser kocht. Das kocht genauso wie mein Kopf. Das ist richtig gut. Das heißt, der Koffein ist fertig. Ja, Koffein draußen zu saufen ist geil. Das ist herrlich entspannt. Oh, endlich wird Bier rübergetragen. Das ist richtig geil. Da kommt jetzt noch viel mehr Nachschub auf uns zu. Das ist die beste Flussüberquerung auf der ganzen Welt. Guck mal, hier vorne sind diese ganzen Bierkästen. Also jeder hat einen Kasten. Hier sind noch mehr Bierkästen. Und im Wasser, da liegen noch mehr Bierkästen. Und ich werde jetzt darauf mein Bier trinken. Geprost. Schuldigung für diese Gesundheit. Genau, hier steht ein Kasten, der gekühlt wird. Und da drüben stehen auch drei Kasten rum, die gekühlt werden. Das ist richtig voll cool. Also hier, hier und da drüben auch noch. In diesem voll cool Fluss. So, ich bin hier angefangen. Ich weiß es nicht. In der Europä. Oh, guckt euch ihn an. Er läuft hier her. Das ist Hannes. Und bringt uns neues Bier hierher. Also ich wollte ein Astra. Ich wollte ein Haka Pschor. So, jetzt kommt der Bo hierher. Und bringt mir meine Käppi mit meiner Sonnenbrille. Die habe ich vergessen gehabt. Damit ich hier bequemer sitzen kann. Und der bringt Bier mit. Also für mich und für ihn. Das ist sozusagen euer Fortbogen. Und die Gebogen. Boah. Vielen, vielen Dank. Haka Pschor. Haka Pschor. Vielen, vielen Dank. Aber eigentlich in Spielezeit. Boah. Ich bin hier ein Lämms. Das ist eigentlich schon. Gebrost. Im November, Februar, 2021. Da haben wir eigentlich jeden Tag reinschauen. Das ist ein voll cool Geburtstagswochenende. Wollen Sie mal probieren? So ein Stück Holzkohle. So sieht es nämlich gerade aus. Holzkohle. Fermentierter Knoblauch. Fermentierter Knoblauch. Fermentierter Knoblauch ist das, ne? Ja. Fermentierter Knoblauch. Der schwarz ist. Mit Lakritz-Nurancen. Das sieht aus wie Nacktschnecken. Genau. Wir essen Nacktschnecken jetzt neu. Oder wie halt eine verbrannende Nacktschnecke in der Sonne mit Lakritz, Nuancen, Holzkohle, Feeling. Hannes, was war das denn? Alle Fotos vom Hannes auf der Party, er liegt irgendwo im Wasser. Boah, das schmeckt irgendwie wie Nacktschnecke, aber mit Knoblauch drin. Wie Knoblauch-Nacktschnecke, jetzt neu. Dann, ich muss mich beeilen, um mal hier dem Pierre eine Nacktschnecke mit Knoblauch gefüllt anbieten. Hau nicht ab. Ach, scheiße. Ey, nicht wegwerfen den guten Knoblauch. Wollen wir mit dir? Kann die denn schwimmen oder was? Kann die denn immer bleiben? Sag dir! Verteil gleich die Schmiss. Wärens schwedische wäre Salz dran, aber da würden wir ja eingehen, glaube ich. Boah, das schmeckt nach Nacktschnecke und Knoblauch zugleich. Und das ist süßlich sogar. Es ist richtig süßlich jetzt. Der Nachgeschmack ist süßlich. Ich möchte dir etwas ganz Wichtiges erzählen. Erzähl. Und zwar, ich habe heute exakt einmal geschissen. Ich bin eine fekalhafte Figur und das Leben ist auf jeden Fall ein Ponyhof. Das muss man sich herrichten, das ist wichtig. Weil sonst hat man kein gutes Leben. Ich muss mehr Schamhaare verlieren, das ist wichtig. Und die dann ins Gesicht kleben, die Eric Hartley. Guck mal, das hier ist ein Stück Wasser. Ich mache das auf den Kopf drauf. Ist das der Tier oder das Wasser? Der Wasser. Das Wasser innen. Nee. Naja. 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 Das ist gar nicht so toll wie, ja. Naja. 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 Oha scheiße. Du hast aber dann auch wieder solche dabei, die auf Krampf dir irgendwas reinwirken wollen. Einfach so richtig auf Krampf. Geh mal, Geh mal, Geh mal, wir müssen den take. Das habe ich selber gemacht. Das waren noch viel Pferden. Hier werden jetzt bestellte Pizzas heruntergeliefert. Das ist richtig geil. Na ja, da sind die Söcher offen. Das schmeckt voll cool oder wie das heißt. Wir müssen unbedingt noch viel mehr furzen, damit dann ganz viele Wolken da vorne entstehen. Das ist ganz wichtig. Das ist sehr gut für die Umwelt. So, es zieht jetzt gerade hier ein Unwetter auf und die ersten Tropfen kommen. Und wir haben unsere Sachen gepackt. Und wir laufen jetzt unter der Brücke, glaube ich. Genau, auf jeden Fall laufen wir jetzt hier weg. Wegen diesem verschissenen Scheißwetter. So, es fängt an zu regnen und das ganze Bier muss da rüber getragen werden. Das ist ganz wichtig. Und mein Fuß ist zu kaputt dafür. Deswegen funktioniere ich nicht. Aber trotzdem muss das ganze Bier erstmal hier rüber geschleppt werden. Und wir verstecken uns unter diesen Baum. Es hat gerade hier geblitzt und gewittert und sowas. Es kam gerade Donner runter. Das war voll cool. Es regnet hier jetzt drüben oder wie das heißt. Es ist richtig geil. Wir werden komplett nass und durchbeuchtet. Es ist richtig geil. Das ist jetzt gerade stark Regen. So, ich bin jetzt unter der Brücke und jetzt werden die letzten Kästen rüber getragen. Wir gechillen jetzt hier unter dieser Brücke. Das ist richtig geil. Und gechillt und sowas. Das kann nicht versprechen, dass das richtig geil und gechillt ist. Hier haben wir uns Schutz gesucht vor Regen. Unter dieser Brücke wird das langsam immer dunkler und dunkler. Das ist wohl scheiße. Soll ich mir mal ein Bier aufmachen, dass wir mal anstoßen können? Ja, unbedingt. Das verpflichte ich dir sogar. Okay. Ja, du musst unbedingt ein Bier aufmachen, damit wir nicht anstoßen können. Ähm, und später, in ein paar Stunden, dann hast du Geburtstag. Dieses Elephant. Ja. Gebrust. Das ist stark Bier. Das ist aber noch Aufnahmen. Ja. Da gibt es noch. Guck mal, guck mal hier, dunkler ist gekommen. Das ist, ähm, genau, das ist scheiße. Weil die Zeit geht immer schneller rum. Ähm, genau. Ähm, was machst du hier? Ich fülle dieses Bomberino. Ja. Stehe hier drauf. Ja. Bomberino in diesem Becher für den Sildio, für den Scheinlux. Ja. Möchte das mal probieren. Ja. Ja. Sehr flüssig. Jetzt kann er gleich beruhigen. Ja. 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 Und unser Großkamera-Mann, der kommt halt mit solchen Strahlern. Mit so fetten Akkus. Ja, Alter. Sehr flüssig, aber schmeckt sofort nach sehr guten Eierlikör. Ich schaff halt immer so. Ja. Ja. Ramses! Ich schaff gleich. Ja. Ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag. Ich bin irgendwo eingeklemmt. Oh, Langschläfer ist wieder da. Ich habe für dich ein Geburtstagsgeschenk. Ja, diesen Beutel hier. Nein, das hier. Das schenke ich dir. Das ist eine Beleuchtung. Eine Beleuchtung? Ja. Die kann ich auch irgendwo dran machen, da ist die für in die Hand nehmen. Genau, die ist zur Hand nehmen, aber da ist auch ein Seil dran. Ist voll gleich, da ist der ganze Karton. Das ist, genau. Für in die Hosentasche rein. Wenn ich dich nachts besser anleuchten kann, wenn du wieder einschläfst. Mit USB. Ja, USB-C. Jetzt ist es natürlich leer. Was für ein Vorführeffekt. Guck dir das an. Das ist aber auch selten. Sonst geht immer alles, wenn es ankommt. Man muss es trotzdem laden. Das ist leer. Das werde ich mir tief in den Anus einführen. Damit es da mal ausgeleuchtet ist. Dankeschön dafür. Und viel wichtiger, danke, dass du da bist. Und war es? Es war auf jeden Fall eine richtig geile Zeit. Schade, dass das langsam heute der letzte Tag ist. Es war auf jeden Fall mega anstrengend und brutal. Es war voll cool gewesen. So, wir sind jetzt auf dem Weg zum Bahnhof. Also da, wo Züge fahren und so. Das wird richtig geil sein. Ich schiebe diesen schweren... Wie heißt das Ding? Ich schiebe hier meinen schweren Wagen durch die Gegend. Das ist richtig geil. Das kann ich nur empfehlen. So, ich bin an Versiftheit. Und wir sind beim Bahnhof angekommen. Und hier ist der Zug. Da werde ich gleich einsteigen. Ich bin im Zug drin. Und hier gibt es keinen Sitzplatz. Das ist alles belegt. Deswegen sitze ich hier auf dieser Treppe drauf. Aber Hauptsache, das ist ein Bierzug. Gibt Wurst. Und das ist jetzt eine 6.5 Stunden Zugfahrt, finde ich. Alle Anschlüsse erreichen. Richtig geil. Es hat Geräusche gemacht. Ich bin schon wieder zu Hause angekommen. Und das war eine richtig geile Zeit gewesen. Und in den nächsten Tagen wird der Geburtstag aus der Perspektive von Ramses, von der Fahrer und von der Bo ebenfalls jeweils als Vlog hochgeladen. Ihr sollt unbedingt bei denen auf den Kanal reinschauen. Ich habe alle Kanäle unten verlinkt. Und jetzt kommen wir zum Gewinnspiel, worin einer von euch diese True Night Lampe hier gewinnen kann. Natürlich verpackt. Genau. In diesem Gewinnspiel müsst ihr zwingend Instagram haben und die Teilnahmebedingungen sie wie folgt aus. Erstens, ihr müsst dieses Video liken. Zweitens, kommentiere unter diesem Video mit Hashtag Lampe und eurem Instagram Namen. Also keine Verlinkung, sondern euren Namen, so wie in diesem Musterbeispiel. Drittens, macht eine Instagram Story. Egal ob Bild oder Video, aber Hauptsache die zwei folgenden Elemente sind eingefügt. Element 1, ihr müsst zwingend mein Instagram Profil Natururin erwähnen, damit ich eine Benachrichtigung bekomme. Und Element 2, ihr müsst euer Lieblings Natururin Video in der Story verlinken. Aber nicht als Text, sondern als Link. Das geht, indem ihr nach Erstellung der Story nach oben wischt und auf Link drückt. Dann fügt ihr den Link von einem meiner YouTube Videos ein und veröffentlicht eure Story. Fertig. Ich werde für die Verlosung den YouTube Comment Picker gefiltert nach Hashtag Lampe nutzen. Das Gewinnspiel endet am Freitag den 28.07. Viel Glück und bis zum nächsten Mal. In dieser Playlist habe ich eine sechsteilige Videoserie ebenfalls bei Ramses gemacht. Wir haben da eine Biwak Tour, Flussüberquerung und Suft gemacht. Das war voll cool, deswegen gebt euch das. Das war richtig geil. im Saatet